Hey Leute, mein Name ist Paula Maria und ich stelle euch heute Lovely vor. Lovely ist eine Gesichtspflegerei, die ich gemeinsam mit dem entwickelt habe. Nach einem stressigen Tag oder nach einem Tag mit ganz, ganz viel Make-up oder wo eure Haut strapaziert worden ist, braucht man Entspannung. Und da gibt es nichts besseres, als sich einfach eine Maske zu gönnen, wo eure Haut nochmal runterkommt, wo sie nochmal extra viel Feuchtigkeit bekommt, wo sie nochmal richtig schön gepflegt wird. Und da kann ich nur sagen, die Lovely Maske erfüllt genau das, was eure Haut braucht und was ihr erwartet.